Dup, duop, duop. Ey, da fliegt einer auf m Entera! Wo wowowowowo! Ja da! Oben aufm Berg, Direkt an der Klippe Da unten rennt auch einer. Da ist er. Da unten rennt auch einer Da unten rennt aber auch einer, ne? Ja macht den auch Messer, ne egal Hier unten dreht er gerade Wo ist er hin? Oder war das einer von uns? Ne, ne da! He rennt ihn immer noch nicht Ah! Guck mal da, der hat da ne Base gebaut anscheinend. Jaakin, Rudi, Jaakin. Ja ich kann da ja nicht hinterher reinlaufen. Karl, du hast doch die Granaten, ne? Ja, soll ich ja einfach mal da rein holen? Ich schmeiß die gegen das Tor. Aber Rudi, raus da, alle raus da. Ja, weg, 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 weg. Genau so, mach nicht zu viele, drei reichen wahrscheinlich. Da füllen ein Damage da drin. Oh, einer hat sogar schon gereicht. Hey, let's go. Aua. Ich bin Harvid. Hier ist ein Pterra. Dreck mal gebullert. Hier ist einer. Der Terra ist down. Der hat nen Raptor, Vorsicht. Raptor ist gebullert, weg mit dem. Daneben geschossen. Achtung, die Morphodons, Vorsicht. Wow, die haben auch Guns. Ja, ja, komm mal raus, komm mal eben raus gerade. Ich hab Broken Bones. Ja, ja, raus, raus, raus. Wegen den die Morphodons, raus, aufpassen. Die müssen weg. Lol, die Morphodons rippen einfach alles gerade. Die haben auch Baryonyx, Bolas. Das bleibt der stehen, ey. Ich hab ihn gebullert, Karl, den Bary. Der kommt noch in die Morphodon. Kommst du klar, Karl? Ja. Boah, meine Handschuhe sind weg. Jo, die sch... Alter, der hat mir die Flak weggeschossen. Ich muss kurz laufen. Ich werd hier verfolgt. Ich muss mal kurz zum Raft zurück. Ich hab einen Gebollert. Ich komm sofort wieder, Karl. Der eine hat... Oh, das ist noch close. Oh, die wehren sich mindestens. Ja, ja, mach weg, mach weg. Aber pass auf, die Morphodons sind halt gefährlich da. Weil ich bin direkt am Floß. Ja, ich bin auch am Floß. Verfolgt dich da noch jemand? Ja. Ja. Wo? Hat Hit? Bond los. Der hat Hit? Der ist nackt. Fuck, jetzt weggelaufen. Der ist abgehauen. Scheiße, nimmt dem Bary auch nix mit. Boah, die Dimorphodons haben übelst Damage. Holy shit. Karl, ich bin bei dir noch, ne? Bin direkt hinter dir. Aufpassen, die Typen wissen mindestens ein bisschen was, was sie tun. Haben wir die haben jetzt Rudi halt safe gelootet, ne? Da sind immer noch die Dimorphodons. Lass mich mal abknallen. Hast du jemanden gesehen? Na, ich schieße auf das. Ich mach die Dimorphodons hier weg, ja. Da kommt einer. Wir können auch nicht respawnen, ist das Problem, ne? Ja, ja. Oh, was war jetzt? Oh, Leute, die schießen mit Betäubungsfallen. Die schießen mit Betäubungsfallen. Vorsicht, Karl, ne? Die passt auch. Einer hat Hit. Guck, dass du die Stim-Berries hast. Ja, hab ich am Start. Der Baryonyx ist noch hier. Guck mal eben um. Ach, du bist gar nicht mehr... Okay, lol. Ah, ne. Wurde schon umgepuckt. Ich hab die ganze Zeit aber auch Low-Up-P. Ja, dann guck das... Ja, hier ist es halt auch kalt, ne? Steht da einer? Ja, hat wieder einer Hit. Ich hab nur noch 5 Schuss. Egal. Die, äh... Keine Ahnung. Einer hat, glaub ich, Flak tatsächlich. Ja. Wow! Ich hab nen Headshot bekommen. Ja, Karl, ich kann dich nicht looten. Die rushen mich jetzt. Scheiße. Äh... Nicht gut. Nicht ins Wasser gehen mit dem Vieh. Nicht ins Wasser gehen. Ah, ich bin direkt bei euch gespawnt wieder. Darf's auf gar keinen Fall mit dem Eurion nichts ins Wasser gehen. Oh, er hat ihn gebullert. Der eine. Nice! Okay, ich... Er hat auch nen Hit kassiert. Komm schon. Kann bei dem Bett nicht wieder spawnen. Da sind die halt schon alle... ...genutzt. Ja, ich versuch den Baryonyx noch zu killen. Naja, bei dem Bett kann man nicht spawnen. Oh, der schmeißt Nate auf... Oh, oh. Der schmeißt Nate auf unser Floß, der Typ. Oh, lol! Okay, wir haben ein Problem. Weg, 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 weg. Alter, ich stuck. Ja, Boys. Die haben wir wohl hart unterschätzt, wa? Nein, 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 nein. Ich mach die... Wir machen die weg jetzt. Unser Floß ist offen. Das muss repariert werden. Die kommen mit dem Raft hinter uns. Vorsicht. Wir müssen... Wir müssen was fahren. Der Smithy ist... Da, Vorsicht, 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 Vorsicht. Direkt neben uns. Aufpassen. Der kann hier reinschießen. Hat jetzt. Hat die Tür wieder zugemacht. Ich schmeiß da Granaten drauf. Der hat den Baryonyx unter sich. Aufpassen, ne? Knallt den ab, wenn's geht. Oh, lol! Der kann uns... Was? Wieso kann der uns hier stunnen? Das ist nicht Legend. Verdammt! Ah, der Bullshit. Ja. Ja. Der Ewig stunnen halt. Ganz scheiße. Ich muss nochmal ein Stück fahren. Das mit dem Baryonyx ist ja komplett behindert. Wir können nicht im Wasser fighten, wenn die einen Baryonyx haben. Allerdings nicht. Ja, vor allem, dass der uns durch das Reft durchstunnen kann. Ist halt so doof wieder, Mann. Arc Mechanic. Geil. Der Niki-Typ hat fast alle gefickt von euch, ne? So, by the way. Ne, ich wurde von Dimorphodon gefickt. Den ich... Von denen wir nichts wissen konnten. Ja, 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 ja. Aber ich mein, der Player, der hat alle Kills gemacht. Die anderen sind nicht so krass am Start gewesen. Dieses scheiß Baryonyx von denen, ey. Die kommen wieder. Ne, ist nur der eine Typ. Der ist auch Solo hier unterwegs. Seid ihr das auf dem Dach oben? Ja, ich bin das. Der ist echt... Der macht das alleine. Die anderen sind da gar nicht am Start. Hier, ich bring... Ich bring Loot zum Boot. Ja, ja. Pass auf. Pass vor dem Baryonyx auf. Der fährt wieder. Wir brauchen Gunpowder. Na, der hat den Baryonyx einfach nur auf Follower. Ja, ja. Knall den ab. Musst uns versuchen den abzuknallen. Der ist auf... Allerdings. Ich pack gear in die Smithy. Okay, der fährt weg. Pass auf. Wir können jetzt versuchen... Was für Gearpacks in die Smithy? Ja, einfach irgendwas, was ich schon mal gelootet hab. Hab ihn. Geil. Baryonyx ist auf Passiv. Let's go. Möglichst schnell. Ich schwimm... Ich schwimm dahin. Fahrt ihr mit dem Boot ran, wenn's geht. Oh, geh doch hoch. Okay. Ich hab sein Stuff. Der kann hier... Doch, der hat hier ein... Ein Dingens... Der hat einen scheiß Schlafsack hier geplaced. Nehm mal das Speerding. Achtung. Obwohl, ne. So fährt der gar nicht. Der Typ war gut. Der hat was geschissen bekommen. Ich kann nicht mehr looten. Ich muss euch ein bisschen was geben. Wobei ich kann einfach ins Raft. Weg da. Reiß man... Ja, ich muss jetzt erstmal aber ins Raft und wir müssen das Ding ins Neubauen. Wir müssen die Fundamenten neu bauen. Ich... Kann grad nicht spawnen. Einer steht... Na, die fahren das Raft weg und der andere läuft gerade weg. Ich will die scheiß Bude jetzt weg sprengen. Da ist ja nichts mit drin. Natürlich. Als ob da nichts drin wäre. Hier standen noch... Wer da in dem Hauptraum war noch nie... Guck mal hier. Hier sind 10 Bolas. Genau. Boah, wie das ruckelt, Alter. Hier ist ne Armbrust. Hier ist Metall. Hier ist allen Scheiß. So, Boys und Grills. Ich hoffe, das kleine Highlight-Video hat euch gefallen. Heute Abend gibt's um 18 Uhr wieder ein Streamchen auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung, wie immer. Und wir spielen heute seit langem mal wieder ARK. Also, bis denn denn. Tschüss. Ich steig abspritzen. Aber nicht selber wixen. Charlotte nimmt dem Yara Deep Throat. Dreh im Wasser Trikot mit der Mama Videos.